willkommen zu diesem video heute ist ein ganz besonderer tag und zwar muss ich heute an den tag vor fünf jahren zurückdenken da habe ich nämlich das erste video auf dem raw future kanal hochgeladen ich weiß das noch aus mich haben nämlich viele freunde und auch meine eltern haben mir gesagt meine erfahrung die sollte ich doch mal mehr mit der außenwelt teilen und auch mein wissen an andere weitergeben und dann habe ich eben raw future auf youtube gegründet und wenn ich so zurückdenke wie das alles angefangen hat ich habe erstmal alle fehler gemacht die man machen kann gegen die sonne gefilmt ganz schlechte sound qualität und aber trotzdem gehört irgendwie zu meiner entwicklung und der entwicklung hier bei raw future dazu und wenn ich jetzt so zurückdenke wie es sich entwickelt hat bin ich sehr froh und auch sehr dankbar vor allem bin ich euch so dankbar ja dass ihr diesen kanal die fünf jahre so befeuert und unterstützt habt und dass ihr so viel positives feedback abgegeben habt aber auch konstruktive kritik so dass ich wusste was kann ich verändern und auch dieses video möchte ich dazu nutzen dass ihr eure kommentare hinterlasst und mir sagt was ihr euch in zukunft hier bei raw future wünscht wenn ich überlege ich werde jeden tag befeuert mit ideen ich habe jeden tag neue ideen was ich machen könnte was ich für videos drehen könnte ich habe schon super viele videos gedreht das problem ist eher dass ich mit dem schneiden ich hinterher komme ihr habt das vielleicht in den letzten wochen monaten monaten erlebt dass es eine zeitliche verzögerung gibt ja wir haben jetzt hier anfangs sommer in ungarn dieses video wird natürlich auch pünktlich hochgeladen aber die neue seelestaffel da wird es eben noch viele teile aus dem frühling geben wie wir angefangen haben hier mit der permakultur gärten zu graben wie wir die solarenergie nutzen und 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 also das gibt so unzählige themen aber schreibt mir doch einfach was ihr euch wünscht und dann werde ich auch eben schauen dass ich mich in die richtung anpassen und dementsprechend videos drehe und veröffentliche also noch mal dank an der stelle fünf jahre raw future fast sieben millionen video aufrufe fast 50.000 abonnenten und knapp 30.000 kommentare alle durchgelesen habe ja also an der stelle alles gute euch wir sehen uns hier auf dem kanal es wird noch ganz viele videos geben meine energie ist unbegrenzt alles gute